Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Left 4 Dead 2 Rizzi 6 Add-On zusammen mit wer ist hier? John Sansons neue Spiele-Test Könnte man ja sogar lesen Wer ist jetzt? Dunkler Karneval Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Dunkler Karne Ich erinnere mich daran was, irgendwie halt so komische Zombie-Clowns Und an der Ridge, die, kennst du diese Liebesdinger? Diese, wo, es gibt ja diese Liebestunnel in manchen Parks Wo man so ein Schwanenbötchen setzt und durchfährt Weißt du, was ich meine? Ich will gerade auf er dehnen Da ist irgendwo eine Ridge drin Ja, der Vorgang war eben überspringen Aber es lädt jetzt gerade, aber okay Es lädt ja eigentlich schnell Solange kann man ja ein bisschen Smalltalk machen Wie ist das Wetter bei dir? Dunkel, Schnee Oh, und wie ist das bei euch Leuten? Ich guck mal mal gerade auf meine Uhr, ne? Es geht ums Um genau 2 Uhr Cut Er redet Deutsch Du hast recht Habe ich die Brille auf? Lass das Schmank gucken Nein Okay, hier sind wir mit unserem Auto also gelandet Also gar nicht so weit Ich möchte eine andere Waffe Das erinnert mich an Walking Dead Boah, die Musik macht mir ein bisschen Angst Was steht auf dem Schild? Keine Ahnung Was? Das ist innerhalb echt ein bisschen an The Walking Dead Ja Ey, da ist das Ende der Ist da ein Scharfschützengewehr gewesen? Einfach mal ein bisschen ranpirschen Ey, die reden echt Deutsch Jetzt bin ich ein bisschen irritiert Dass sie wieder auf Deutsch gegangen sind Ich weiß nicht Das ist das Spiel Komisches Spiel, ey Charger? Wo? Wie? Oh, ich hab Boomergalle Geil Ach, da ist der Charger Was ist das denn? So bret Jones Was ist das? Ich könnte doch Ach, Charger geht ja noch Manter Oh, woher Nein, nein So in der Art war doch auch ein Level Also draußen in der Natur Mit Toast Halt im ersten Teil Na, ich wollte nicht, dass es gleich Toast kommt Toast ist der Endboss aller Spiele Oh, so Quiz Ja, dann hat auch Wir brauchen irgendwie mehr Zeit Ich brauch mehr Leben Ist bei dir nicht Und nicht alles okay Oh Gott Nein Ich brauch mehr Zeit Ich brauch mehr Leben Wir liegen über Leichen rum Damit ich auf weise Spiele machen kann Wo der Endboss jetzt Toast ist Oh mein Gott Aufpassen Stopp, Stopp, Schild Vorfahrt beachten Alle Seiten frei Oh ja Das hilft Ach, ich hab Schlafverletzt Hier ist noch was geile Nimmst du auch was Boomergatze mit Hast du darauf Lust Hinter dir Hast du das Boomergatze mitgenommen Danke Sag mal, welche Richtung sind wir gefahren? Äh, wir sind hier richtig Dich, halt mir kommt das so vor Als wären wir beim ersten Teil wieder zurück Gehen Ich meine, wir wären richtig Nein Kennst du den ersten Teil noch? Ach so Ey, das wäre irgendwie voll ironisch, ne? Stimmt, da waren wir doch auch auf so einer Art Oh, schlaf schneller Hinter dir? Nein, wo? Was? Oh Weißt, was aber noch toll ist? Das letzte Level war ja auch so actionreich Wir haben noch keine Witch getroffen Ich hab aber einen Smoker gehört Und ich weiß auf jeden Fall, dass es hier irgendwo in den Level einen Tank gibt Den wir mit der Achterbahn umbringen können Was ist das für ein Geräusch? Hört sich dann wie eine Kettensäge Hilfe Das ist ja eine Kettensäge Das bist du Dann ist ja alles okay Nein, das Auto Es liebt Wie meint, will mich heilen? Oh, ich hab hier nur noch 13% Eigentlich müssen wir Die Dinge ja eigentlich kühlen können mit dem Auto Aber es funktioniert ja nie Mhm Ist ja nicht so wie wirklich Harry Rain? Das wollte ich gerade auch sagen Meldes, Ethan Ethan Meldes Ich hab mir gerade das auch so gedacht Irgend War eine Rohrbombe ist mir die Weißkotze Äh Jockey, 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 Jockey Hilfe, Hilfe Oh, ganz weg Du Schön, Smoker Bestimmt hier drin Oh oh, oh oh Jones Sei ganz vorsichtig Wie mach ich das Licht nochmal aus F Ich höre eine Witch Hörst du sie auch? Jetzt ja Auch wenn ich den Ton leise habe Am besten probieren wir der Witch auszuweichen Du weißt wie gut die Kellen kann Ja Und sonst bewirf sie bitte mit Boomerkotze Oh Mein Nachher Splitter Hier runter hier Weg von der Säure Warten bis die Säure weg ist Ich würde mal sagen Wenn wir nicht an der Witch vorbeikommen Wart mal kurz Bleib mal stehen Oder heilst du dich schon selber Scheiße Hast du Boomerkotze oder so? Nein, wieso? Das war ein Hunter Ich dachte, das wäre die Witch Also Lärf die Kotze auf sie Dann wird die Zombies auf sie gehen Aber dann ist ja okay Kommt die Witch eigentlich, wenn wir dir das Auto hufen lassen? Äh Ich weiß Weiß ich nicht Ich weiß nur, dass sie ziemlich lärmempfindlich ist In ihrer Nähe Und ziemlich Äh Lichtempfindlich Und halt Hat Berührungsängste Oh danke Alice Wollen wir weitergehen Jo Ich glaube, ich weiß, wo die Witch ist Bestimmt irgendwo in dem Haus hier Brand Money Wo kommt die Ich will die Rohrbombe wieder Hier ist Brand Money, wenn du willst Okay, wo ist ich? Wo ist ich? Ah, Mann, ey, ja Pan, das musst du mir nicht zweimal sagen Durchs Fenster, nicht durch die Tür Pan Ich habe die Witch gefunden Ja, was verstehst du unter das Fenster nicht? Das, was du gegangen bist, ist eine Tür Ich habe es bemerkt Bitte sein dich die Witch Du bist keine Witch Smoker Das ist ein Smoker Ich habe einen Jockey Es ist ein Jockey Oh, oh Er führt mich zur Witch Nein Ich dachte, es wäre eine Witch Aber es war keine Ich habe gerade ein bisschen Witch-Paranoia Freizeitpark lebt Ja Ich komme auch zu dir Also in dem Fall will ich von mir Achterbahn fahren Achterbahn, kommen wir noch dran vorbei Damit müssen wir ja Achterbahn fahren? Ich will Achterbahn fahren Na, wir töten mit der Achterbahntank Ja, hier runter Langsam hier den Hügel runter Ich glaube, wir haben die Witch getötet Äh, die Witch entfernt Sind von der Witch losgekommen Hä, wo seid ihr alle? Ach, dahinter Entschuldigung Ich komme hinterher Boah Oh, nein Oh, Gott sei Dank Ich habe es überlebt Ich habe gerade ein bisschen Angst Ich habe gerade Angst Danke, Nick Und dann kommst du hier einmal Und machst du auf Kettensägen, Mann Das ist ja noch schlimmer Was ist das denn für ein Geräusch? Boah, Bombe Rennt keiner hin Ich hoffe, da sind welche draufgegangen Einer Na, super Kannst du nicht bedenken bei mir Weil ich habe alle vorher mit der Kettensäge getötet Krass Ich komme mir gerade ein bisschen vor Wie in so einem Sumpf Ich werde es sogar Sumpf nennen Wo kommt die denn jetzt? Äh Jetzt komme ich mir so vor Als hätte ich so eine Wie heißen die Dinger Eine Gatling Ich gehe mit meiner Gatling Meine Gatling mit mir Was ist denn da vorne? Sie hat immer gern gesinnt Versorgt euch mit Brand Munition Aufstellen Was macht die denn? Aha Ich habe meine Waffe Angezündet Meine Kugeln brennen Wieso bist du Da drinnen Danke Ist du irgendwie gestorben oder was? Erschreck mich nicht so Wenn du so aus dem Gras rauskommst Wohin wissen wir? Ich weiß es nicht Den Hügel hoch Ja Was schreck ich eigentlich? Bergauf Ich habe einen Kanister Nein Nein Kuscht euch alle weg Scheiße Ich habe mich wieder selber angezündet Ich bin so dämlich Ich entzünde mich immer wieder selber an Ich bin gerade am Verbrennen Kann mich bitte wer retten? Jones Ich komme Ich habe mich selbst umgebracht Ich Ach Alice Es tut mir leid Mann da dachte ich Mach mal was schlaues Und was tue ich Ja Einige Autos Oh Gott Geh nicht zu nah an die Autos Schieß nicht auf jedes Auto Schutzraum Äh Was bist du denn? Rein da Schnell heilen Bevor alle drin sind Und nicht die Tür Bitte 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 Oh ich heile ja dich Hoppala Noch nicht zumachen Wenn ich mich verarztet habe Vielleicht ist das Midi-Pack dann ja wieder da Bereit? So Äh Bereit So Dalle Ich guck mal gerade In der Zeit liegen wir noch gut Wir haben doch Zehn Minuten Okay Wir haben noch zehn Minuten Ich habe die meisten Kills in einer Nahkampfverfahrung erreicht 40 Ihr alle anderen Null Das wundert mich nicht Ein superkiller Ja besondere Infizierte Ja schön Ich habe die meisten infizierten getötet Äh Ne am zweitmeisten Ja Äh zweitwenigsten Geht hier die Tür auf? Ja Geflüstertes Ich will das Achterbahn fahren Ich will Achterbahn fahren Ich will Achterbahn fahren Ich weiß, woran mich das jetzt ein bisschen erinnert Nur ein bisschen wegen diesen ganzen Nein, nicht nur das Äh Resident Evil 6 Dieses Wo man in der Uni ist Mit Leon und Helena Da ist doch auch so ein Scheiße Scheiße Hilfe 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 Nein Nein Töte sie Kotze sie an Gib ihr Kotze Gib ihr Kotze Oder so Hast du Buma Kotze? Scheiße Sie hat mich erwischt Warum kommt sie eigentlich genau auf dich? Weil ich zu ihr zu nah gekommen bin Ja schön Ich bin an ihr vorbeigelaufen Und ich ihr mitten ins Gesicht Wo? 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 Ich weiß es nicht Ninja Schwert Wer hat das so gesagt? Äh Ach ich Oh Lol Ich denke mir passt sowas von nicht zu Jake Aufpassen Ah der guckt der Äh Guck mal hier Was ist das denn? Ist das ein Schaumschutz? Ich spiele hier gerade mal ein bisschen Und probiere ein paar Punkte zu verdienen Ja Ich sollte das aber mit der Pistole machen Da ist Munitionssparen da Äh Vergessen wir es Vergessen wir es Äh Jones Wir könnten deine Unterstützung gebrauchen Beide machen komische Bewegungen Ich wollte hier nur ein bisschen zocken Es tut mir leid Lass uns weitergehen Das hilft weiter Okay Auszeit Guck 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 Iiiiih Hey Munition Muni Hallo So lala Ja hallo Ich bin dir hinterher Super Yay Zwei Mein Tanne Äh Äh Krass Hm Ich bin wegbar Gute Waffen Scharfschützengewehr Scharfschützengewehr Nicht schlecht Automatische Schrotflinte Medipack Scharfschützengewehr Hier gibt's Verbandszeug Es ist wo Hey ich komme nicht ans Medipack Schau Schau Oh Nick Du hast 0 HP Ich möchte mal probieren ans Medipack zu kommen Hallo Danke Warum tut er das Molo Popcocktail Rohrbombe Was Ich will haben Molli Ich nehme Molotow Ist das ein Feuerlöcher Poparmgas Poparmgas Geh da weg Geh da weg Geh da weg Ich hab da Poparmgas Danke Ist er tot? Ja Ich sehe einen Charger Warum hinter uns Hinter zwei Schnell Ich hab einen Charger Ich hab einen Lade schneller Warte ich hilf mir kurz Leo Hast du Ach du hast so ein Ding Hör auf damit Ich will lieber die Waffe Maschinengewehr ist besser Nein es ist kein Maschinengewehr Es ist ein anderes Scharfschützengewehr Ach da will noch wer Achterbahn fahren Kinderkarussell Kinderkarussell Ich will aufs Kinderkarussell Kommst du mit Kinderkarussell Kannst du das besser gehen? Ach Äh Ja der Clown ist sozusagen der Anruf Anführer in dem Sinne Okay nicht gut Meine ich mindestens Irgendwie geht das alles gerade zu einfach Hm Noch Nicht mit ihm gerade Ja das war auch ein Endkapitel ne Was muss man dazu sagen Ja Ich sag nicht wir sind wieder an einem Safe Point Wieso? Wäre schlecht Hallo Hallo Da geh ich irgendwie nicht gern drauf Okay jetzt komm ich dir nach Würde ich nicht tun Aber du brauchst doch Hilfe Würde ich trotzdem nicht tun Oh fuck Oh Gott wir sind schon hier Wo ist hier? Die sind auch unten Ich hab jetzt kommt von unten Also ist es egal Aber der ist hier oben Ich bin der einzige der noch lebt Belebe mich Belebe mich Alles Belebe mich Du sollst mich beleben Belebt mich Es geht gerade Nicht Weil auf dir noch ein Hunter ist Jetzt müssen wir starten Jones Du hättest das eben nicht sagen sollen Was? Mit denen ist es zu einzig Einfach Aber weißt was Es wäre jetzt gerade kurz Die perfekte Möglichkeit Noch einen Cut zu machen Zu spät Wie zu spät Bin gerade am schießen Dann gehen wir hier noch grad für durch Und wenn es grad kurz sicher ist Dann machen wir gleich ganz schnell Kurz noch einen Cut Okay? Okay Schießen wir uns einfach durch Schießen wir uns einfach durch Boah Wie lange nehmen wir schon auf? Äh 20 bis 21 Minuten würde ich jetzt schätzen Ich würde sagen Ich würde sagen Ne 19 19 19 Minuten Das ist gut Ja Ist doch eine humane Zeit Ne? Dann um Punkt Dings da Müssen wir ja aufhören Ja um Punkt 2 Naja Ich sag dir jetzt eigentlich So nach den nächsten Tat Den wir aufnehmen Und so aufschlagen Ach so Vielleicht wahrscheinlich Mein Dings kritisch Ach dein Dings kritisch Okay Ich verstehe Ja ich weiß schon Du liegst da Wieso sagst du nicht Dass du Dass es dir scheiße geht Weil es mir nur schlecht geht Äh Nicht in euer Ernst Ne? Ja keine Sorge Ich habe das unter Kontrolle Äh Jetzt sollten wir hier sein Wo wir aufgehört haben Ja Und hier auch einen kurzen Achso ja Natürlich Wie das Survival Abenteuer Auf den Rummel weiter geht Und auf der Achterbahn fahren Das seht ihr beim nächsten Mal Bis doch hin Au revoir